Hey Leute, hier ist Anzu und wir fahren heute nach Tokio! Yay! Seitdem ich hier in Kofu angekommen bin, habe ich eigentlich die ganze Zeit gedacht, ich will nach Tokio fahren, ich will nach Tokio fahren, ich will nach Tokio fahren und jetzt ist es endlich soweit. Also ich bin noch nicht mal einen Monat in Japan und mache meine erste Tokio-Reise und auf dem Plan stehen der Michijingu, dann wahrscheinlich Harajuku und vielleicht Shibuya, aber dann muss ich sehen, ob ich das zeitlich schaffe, denn ich treffe mich abends mit einer Freundin in Rippongi und für Sonntag steht auf jeden Fall auf dem Plan Akihabara und wenn dann Zeit ist und ich es am Samstag nicht geschafft haben sollte, vielleicht auch Shibuya. Aber mal sehen, ich mache das alles relativ spontan und werde sehen, was dann klappt und was nicht, weil wenn man zu viel plant, dann wird es eh nicht so, wie man sich das vorstellt. Es ist jetzt viertel neun frühs oder so und mein Bus geht um neun, das heißt ich mache mich jetzt auf zum Bahnhof und dann geht's los nach Tokio! Yay! Woh! 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 Wir sind jetzt in Tokio und ich bin jetzt in Shinjiko angekommen und ich werde jetzt gleich erstmal zu Starbucks gehen, weil ich bin relativ müde und bei Starbucks hat es einen richtig guten Matcha Latte gegeben und deswegen gehe ich da gleich hin, hole mir den und dann geht jetzt auf zum Mädchischrein, yay! ... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Norddeutscher Rundfunk 2020 Norddeutscher Rundfunk 2020 Norddeutscher Rundfunk 2020 Ziel Nummer 1 ist erreicht Mieti Schrein Auch wenn ich mich erst mal verlaufen habe am Anfang, aber ich bin jetzt da Da ist einfach mal überall Sacke drin Mieti Schrein Mieti Schrein Mieti Schrein Mieti Schrein Mieti Schrein Mieti Schrein WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Das war's für heute. So, die erste Station ist jetzt abgehakt, das war der Michi-Schrein und ich gehe direkt weiter in Richtung Harajuku, 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 ich muss ein bisschen an meiner japanischen Aussprache arbeiten. Ja, es geht jetzt weiter nach Harajuku und dort wird ein bisschen geshoppt, denke ich mal. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich eben als ich im Schrein war auch eine Hochzeit beobachten konnte und an sich waren dort auch ganz, ganz viele Kinder, die einen Kimono an hatten und das war echt ganz süß und deswegen, also das hat sich echt gelohnt heute und jetzt geht es direkt weiter. Will ich da wirklich rein? Ich bin zur Takeshita Street gegangen, weil die Takeshita-Dori so richtig, richtig gute Läden haben und so günstig und gut und süß und keine Ahnung, aber will ich da wirklich reingehen? Bis zum nächsten Mal. Das sind die Top 5, aber ich glaube, ich nehme irgendeinen anderen. Wahrscheinlich nehme ich Apfel Cinnamon & Cream, der ist erstens günstiger und zweitens lief ich Apfel & Zimt und dann werde ich wahrscheinlich noch Bananen mit reinmachen oder Blaubeermarmelade, ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin noch nicht sicher. cke. Eyüpfen Wie läuft denn Japan, würde ich sagen. Irgendwie bin ich am falschen Bahnhof rausgekommen. Jetzt müssen wir die Gegenrichtung suchen. Ich glaube, ich habe die Gegenrichtung gefunden. Wir müssen nämlich dort hin. Oh, ich habe die Gegenrichtung. Das verwirrende an Japan und seinen Karten ist, dass selbst Unterführung und Überführung als Straßen angezeigt werden. Und ich deswegen immer erstmal gucken muss, wo muss ich jetzt hin und keine Ahnung. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt den Weg gefunden. Also wir treffen uns im Midtown. Das ist in Repongi. Und ja, ich bin jetzt gleich da. Also ich bin jetzt schon an den Bahnhof angekommen, wo ich dann hin musste. Und jetzt habe ich noch einen 5 Minuten Fußweg. Und dann, yeah, mal sehen. Ich bin ein bisschen Skottetor geschafft, weil ich den ganzen Tag rumgelaufen bin. Und obwohl ich nicht viel Harajuku gekauft habe, ist irgendwie der ganze Tag da mit drauf gegangen. Und irgendwie mag mich meine Kamera heute nicht fokussieren. Aber das ist nicht schlimm. Ich sehe sowieso total fertig aus. Also von daher. Meine Sachen sind wirklich Ant引 DC-T renn. Ich habe etwas Arbeit承wassen. Du bist vert Lage. Aber das hat monumentiert. heute Bene discharge schon. fff' hago es nicht. Kein Scheppern... So. Das ist so schwer transformation. Ist ja rund oder so? Oh, pein. Oh! Was service ist? So. korrektiv Palmyast bedrahes oder P��kym Oder die Säack Ye覺 ist Musik 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 Nachdem ich mich gestern verlaufen habe, habe ich heute mal die Mitarbeiter hier gefragt. Aber selbst die hätte mich fast aufs falsche Gleis geschickt. Aber wir sind jetzt gleich in Akihabara. Akihabara! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020